Die 7 besten billigen Walkie Talkies auf dem Markt Ich habe das Retevis RT388 Walkie Talkie Kinder für meine Kinder gekauft und bin sehr zufrieden. Es ist sehr einfach zu bedienen und hat 8 Kanäle, die eine größere Reichweite bieten. Es hat auch eine Taschenlampe und Vox-Funktion, die meine Kinder lieben. Es ist ein tolles Spielzeug für Kinder ab 3 bis 12 Jahren und es ist perfekt für Reisen und im Freien. Ich empfehle es auf jeden Fall weiter. Es ist ein wirklich tolles Geschenk. Ich habe mir das Kirui Spielzeug für Kinder gekauft und bin sehr zufrieden. Die Walkie Talkies haben eine Reichweite von bis zu 3 Meilen, was sehr praktisch für Abenteuer im Freien ist. Sie haben auch eine hintergrundbeleuchtete LCD-Taschenlampe und 8 Kanäle, um sicherzustellen, dass die Kommunikation klar ist. Es ist sehr robust und einfach zu bedienen. Mein Sohn liebt es und wir haben viel Spaß beim Spielen damit. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe mir diese Walkie Talkies für erwachsene Funkgeräte mit großer Reichweite gekauft und bin sehr zufrieden. Sie sind sehr einfach zu bedienen und haben eine beeindruckende Reichweite von 5 Kilometern. Die Taschenlampe LED-Hintergrundbeleuchtung ist ein nettes Extra und die Freisprecheinrichtung funktioniert sehr gut. Ich kann sie wärmstens empfehlen und würde sie jederzeit wieder kaufen. Ich habe mir das Barcoherp Walkie Talkie für meine Kinder gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Funkgeräte sind sehr robust und langlebig und die 8 Kanäle sorgen dafür, dass die Kinder immer in Kontakt bleiben. Die LED-Taschenlampe ist ein nettes Extra, das meinen Kindern viel Freude bereitet. Die Vox-Funktion ist auch sehr praktisch, da sie eine klare Verbindung gewährleistet, wenn meine Kinder draußen spielen. Insgesamt ein tolles Produkt, das meine Kinder lieben. Ich habe mir dieses Yucoco-Spielzeug für meinen Sohn gekauft und bin sehr zufrieden damit. Es ist ein perfektes Geschenk für Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren. Es ist ein sehr robustes und langlebiges Walkie Talkie, das eine gute Reichweite hat und sehr einfach zu bedienen ist. Mein Sohn liebt es, draußen mit seinen Freunden zu spielen und mit dem Walkie Talkie können sie sich über große Entfernungen unterhalten. Es ist ein tolles Spielzeug, das mein Sohn immer wieder gerne benutzt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe das Whiz House Kinderfunkgerät, Walkie Talkie 2er Set aufladbar, PMR 446 MHz Walkie, Talkie Erwachsene mit USB-Ladegerät Akku, Walkie Talkie ab 8 Jahre, Outdoor-Camping-Spielzeug, Rot-Blau, gekauft und bin sehr zufrieden. Es ist leicht zu bedienen und die Reichweite ist ausgezeichnet. Ich habe es im Freien getestet und es funktionierte einwandfrei. Die Akkulaufzeit ist auch sehr gut und ich konnte mehrere Stunden lang sprechen, ohne dass der Akku leer wurde. Ich kann es nur empfehlen, es ist ein großartiges Produkt. Das Upgrow Walkie Talkie Set ist ein großartiges Spielzeug für Kinder. Es ist einfach zu bedienen und die Taschenlampe ist ein tolles Extra. Es ist ein sehr gutes Geschenk für Kinder, dass sie draußen und beim Camping, Wandern und anderen Outdoor-Aktivitäten verwenden können. Die Qualität ist sehr gut und die Funkgeräte funktionieren einwandfrei. Ich empfehle es wirklich jedem, der nach einem tollen Spielzeug für Kinder sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.